Die lächelnde Meghan Markle verlässt zum ersten Mal seit der Krebsdiagnose von König Charles ihre Tarnung. Meghan Markle wurde beim Fahren durch La gesehen, während Prinz Harry nach seiner Krebsdiagnose von seinem Besuch bei Vater König Charles zurückflog. Meghan Markle wurde zum ersten Mal seit der Krebsdiagnose von König Charles lächelnd dabei gesehen, wie sie ihre Deckung auflöste. Prinz Harry eilte nach Großbritannien, um bei seinem Vater zu sein, der wegen einer nicht näher bezeichneten Krebserkrankung behandelt wird, bevor er im Clarence-Haus ein intimes 45-minütiges Gespräch führte. Der jüngste Sohn des Königs wurde am Dienstag kurz vor 14 Uhr bei seiner Ankunft in Heathrow gesichtet, bevor er sich auf den Weg zu Charles und Königin Camilla machte. Er wurde am Mittwoch erneut bei seiner Ankunft in Heathrow um 13.30 Uhr abgebildet, bevor er in die USA zurückkehrte und gegen zwei. 20 Uhr am Los Angeles International Airport ankam.Unterdessen blieb die Herzogin von Sussex mit dem vierjährigen Archie und der zweijährigen Lilibet in den USA. Eine Expertin sagte, sie erkenne, wie wichtig es sei, ihrem Mann Freiraum zu geben. Meghan wurde am Mittwoch gesehen, wie sie in der Nähe des 14-Millionen-Dollar-Hauses des Paares in Montecito fuhr, und lächelte am Steuer ihres Range Rovers. Auf Fotos, die Mail online erhalten hat, nippt Meghan an einer Kaffeetasse, während sie durch die Straßen von Los Angeles fährt. Die ehemalige Suits-Schauspielerin trug eine weiße Baseballkappe und eine dunkle, übergroße Sonnenbrille. Meghan wird Harry nicht in Großbritannien begleiten, da der Herzog von Sussex bereits nach Hause in die USA zurückgekehrt ist. Während seines kurzen Besuchs traf Harry weder Prinz William noch seine Frau Kate Middleton, die sich gerade von ihrer eigenen Operation erholt. Die Krebsdiagnose von Charles löste am Dienstag Schock aus, als der Palast verkündete, dass die Entdeckung gemacht worden sei, während der König sich wegen einer vergrößerten Prostata behandeln ließ. Der Palast sagte, während des jüngsten Krankenhauseingriffs des Königs wegen gutartiger Prostata-Vergrößerung wurde ein gesondertes Problem zur Kenntnis genommen. Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Form von Krebs identifiziert. Seine Majestät hat heute mit einem regelmäßigen Behandlungsplan begonnen, in dem ihm von Ärzten geraten wurde, öffentliche Pflichten zu verschieden. Während dieser Zeit wird seine Majestät weiterhin wie gewohnt Staatsgeschäfte und offizielle Formalitäten erledigen. Der König ist seinem Ärzteteam für die schnelle Intervention dankbar, die durch seinen kürzlich erfolgten Krankenhauseingriff ermöglicht wurde. Er steht seiner Behandlung weiterhin absolut positiv gegenüber und freut sich darauf, sobald wie möglich wieder den vollen öffentlichen Dienst aufzunehmen. Seine Majestät hat beschlossen, seine Diagnose mitzuteilen, um Spekulationen vorzubeugen und in der Hoffnung, dass dies zum Verständnis der Öffentlichkeit für alle Krebskranken auf der ganzen Welt beitragen kann. Untertitelung des ZDF, 2020